Bestens verbunden. Loggen Sie sich ein mit Ihrer BMW ID in einem BMW mit Operating System 7 oder 8 für mehr Personalisierung und höchste Funktionalität. Wenn Sie sich ohne BMW ID in einen BMW mit Operating System 8 setzen, erhalten Sie direkt eine Einladung auf dem Begrüßungsbildschirm. Falls Sie noch keine BMW ID haben, klicken Sie auf Jetzt registrieren. Über den QR-Code gelangen Sie direkt ins BMW-Portal. Sie haben bereits eine BMW ID? Perfekt! Loggen Sie sich durch Scannen des QR-Codes einfach mit der myBMW App ein. Wie das geht, erklären wir Ihnen in einem anderen Video. Oder Sie melden sich einfach mit Ihrer E-Mail und Ihrem Passwort an. Wenn Sie eine BMW ID erstellt haben, können Sie diese mit Ihrem Fahrzeugschlüssel oder mit einem digitalen Schlüssel verknüpfen. So profitieren Sie direkt von allen Vorteilen, sobald Sie ins Auto steigen. Der BMW erkennt Sie sofort am verknüpften Schlüssel und begrüßt Sie persönlich auf dem Hauptdisplay. Ihre individuellen Einstellungen werden automatisch aktiviert. Sie können sogar Ihr eigenes Profilbild über die myBMW App festlegen. Sitzeinstellungen, Schnellzugriffe im iDrive-Menü und vieles mehr. All Ihre persönlichen Einstellungen werden in Ihrer BMW ID gespeichert und automatisch aktiviert. Zusätzlich erhalten Sie individuelle Empfehlungen von Ihrem BMW Intelligent Personal Assistant, wenn Sie mit einer BMW ID eingeloggt sind. Wie zum Beispiel Fenster automatisch öffnen. Mit einer aktiven BMW ID können Sie auch Funktionen nutzen, die auf persönliche Daten zugreifen. Wie zum Beispiel Ihre letzten Ziele oder Ihre Heimatadresse und Favoriten. So fühlt sich jeder BMW wie Ihr persönliches Fahrzeug an. Denn durch das Einloggen mit Ihrer BMW ID können Ihre gespeicherten Einstellungen aus der BMW Cloud in jedem BMW mit Operating System 7 oder 8 aktiviert werden. Schauen Sie auch unsere anderen How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Entschuldigung. Entschuldigung. Demonstration. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020